Warum investieren Anleger in China? Klar, wegen der Wachstumsaussichten. China ist doch der Motor der Weltwirtschaft. Aber das Reich der Mitte steuert auf ein langfristiges und vor allem nicht mehr aufzuhaltendes Problem zu. Wie sieht das genau aus? Wie kann man damit umgehen? Und wo liegen mögliche Alternativen? Schauen wir es uns an. Heute ist ja Wochenende, da schauen wir uns mal das ganz große Bild an. Also in was für Märkte sollte man investieren und was sind so die wesentlichen Größen, die man dabei beachten sollte. Und auf eine bestimmte möchte ich heute besonders abzielen. Die geht dann auch ein in einen Report, den ich geschrieben habe zu verschiedenen Ländern oder dann vor allem ein Land, auf das ich aus bin. Das trifft das heutige Thema ja nur in Teilen, aber passt ganz gut. Wenn Sie sich das mal angucken wollen, dann ist der Report im Moment kostenlos zum Download erhältlich. Ja und es geht um das Thema China und der chinesische Markt, der scheint jetzt ja so langsam wieder in die Gänge zu kommen. Chinesische Aktien wieder in aller Munde, weil wir haben das Reopening, wir haben tief gefallene Kurse, wir haben günstige fundamentale Daten. Das heißt, eigentlich müsste er jetzt ein guter Zeitpunkt sein, um in die Tencents, die Vibos, die Alibabas dieser Welt wieder zu investieren. Gut, dann gibt es natürlich die ganzen Probleme mit den ADRs und den Möglichkeiten, wie man das vielleicht verhindern kann. Also das schenken wir uns heute mal alles. Nur mal so als Überblick, wir sind noch immer weit unter den Kursen, die wir vor zwei Jahren gesehen haben. Aber wir sehen hier zarte und manchmal sogar auch, wenn man reinzoomen würde, doch auch ziemlich massive erste Aufwärtstrends. Das kann sich natürlich auch noch weiter fortsetzen. Aber mein Ansatz heute ist ein größerer, grundlegenderer. Und zwar hat China einen riesen Pluspunkt gehabt über die letzten Jahre. Das war natürlich die große Bevölkerung und das Wachstum, was man hier gezeigt hat. Das war natürlich einerseits dadurch, dass das Land wirklich so aufgeblüht ist. Und auf der anderen Seite hat dem Land aber auch in die Karten gespielt, dass die Bevölkerung mitgewachsen ist. Und ich habe Ihnen jetzt mal seit 1980 dargestellt, einmal für China in Orange und Indien in Blau, wie sich die Bevölkerung entwickelt hat. Zum Beispiel in Deutschland kämpfen wir darum, dass überhaupt die Bevölkerung irgendwie halbwegs konstant bleiben kann. Aber dazu gleich noch mehr. Und wie es sich nach den aktuellen Schätzungen ja in den nächsten Jahrzehnten ergeben wird. Und das ist wirklich ziemlich visibel, wie das ausgehen wird. Denn, naja, neue Erdenbürger, gut, da könnte man an der Geburtenrate, die ist eigentlich ziemlich träge. Also da ändert sich ja oft nicht so viel. Und vor allem, wenn man sich dann die Anzahl der Arbeitskräfte, das ist eigentlich die wesentliche Größe für die Wirtschaft, anschaut. Also eine Wirtschaft wächst dann, entweder wenn man viel produktiver wird, da sind wir aber vielfach schon hier an unseren Grenzen angekommen. Oder wenn mehr gearbeitet wird durch die Leute, die da sind, da ist die Tendenz eigentlich auch eher in die andere Richtung. Oder wenn einfach mehr Leute arbeiten. So, und die Anzahl der Beschäftigten, wie auch die Bevölkerung, wird aber in China in den nächsten Jahrzehnten sinken. Und zwar massiv. Also man hat ja jetzt vor ein paar Jahren in China reagiert und hat gesehen, auf was für ein Problem man zusteuert mit der Ein-Kind-Politik, die man lange betrieben hat. Man hat gesagt, wir können jetzt auch wieder drei Kinder bekommen. Aber was kam jetzt in den letzten Jahren heraus? Die Chinesen wollen gar nicht. Die sagen ja, ein Kind, mehr, puh, traue ich mir eigentlich nicht zu. Das heißt, das Demografie-Problem, was wir hier in Deutschland haben, ist eigentlich ein Klacks gegen das, was die Chinesen hier vor sich haben. Also entweder die gehen hier massiv mit Einwanderung dagegen vor. Dann kommt aber die Frage, wer will denn nach China einwandern? Also ein guter Paar wird es vielleicht immer geben. Aber da gibt es, glaube ich, andere Länder, die viel, viel attraktiver sind für viele Leute. Und das heißt, A, die Bevölkerung wird massiv schrumpfen von gegenwärtig etwas über 1,4 Milliarden auf, nach Schätzungen, unter 600 Millionen in 2100. Gut, das ist natürlich sehr weit jetzt weg, aber man sieht, wo es hingeht. Also mehr als eine Halbierung. Und das sind auch die Gründe dafür. Also diese Kurve hier ist eigentlich der Grund dafür, warum man sagt, die Chinesen werden es auf lange Sicht nicht schaffen, Amerika als dominante Weltwirtschaft abzulösen. Denn hier, und da ist nämlich das Peak in diesem Jahr erreicht oder wahrscheinlich für das letzte Jahr 2022 dann vielleicht bekannt geben, okay, erstmals wirklich geschrumpft. Und auf der anderen Seite sieht man, also mit den ganzen Problemen, die da dranhängen, und die kennen wir in Deutschland auch, Fachkräftemangel und so weiter. Und jetzt haben wir aber ein Land, das geht in eine ganz andere Richtung, und das ist Indien. Da gehen wir gleich mal näher drauf ein. Also in ein paar Jahrzehnten wird Indien bevölkerungsmäßig vielleicht doppelt so groß sein wie China. Das ist natürlich noch ein bisschen hin, aber wir haben ja jetzt hier das langfristige Bild. So, das Ganze, wie sich das äußert, das sehen wir jetzt zum Beispiel in Deutschland. Also ich habe Ihnen hier mal die Anzahl der Erwerbstätigen mitgebracht, in Deutschland und in den USA. Und ein großer Vorteil, warum die amerikanische Wirtschaft immer stärker gewachsen ist als die deutsche eigentlich in den letzten Jahrzehnten. Und auch die Börsen ist eine Erklärung dafür, dass einfach wir hier mehr Erwerbstätige haben. Und hier wird es ja nach den aktuellen Schätzungen so sein, dass die sogar sinken werden in den nächsten Jahren. Und das sehen wir jetzt gerade schon beim Thema Fachkräftemangel, Demografieproblemen, dann Steuerproblematiken. So, das schlägt hier voll auf. Es sei denn, wir gehen hier doch noch massiv dagegen mit Einwanderung. Die Prognose für die USA übrigens viel günstiger. Auch hier sieht sozusagen die Demografie, das demografische Bild viel besser aus. Also viel bessere Voraussetzungen im Vergleich. Wie schlägt sich das Ganze nieder? Die Grafik hatte ich irgendwann vor ein paar Monaten auch schon mal gezeigt. Wenn man sich jetzt mal die Wachstumsraten anguckt, die erwartet werden für diese vier Länder, die wir jetzt hier hatten, dann liegen wir bei Indien hier deutlich am besten mit erwarteten Wachstumsraten von ungefähr sechs Prozent über die nächsten Jahre. China wird damit abgelöst als die Nation, die sozusagen das Wachstum der Weltwirtschaft sichert. Und bedeutet also auch, wenn man jetzt noch die ganzen Probleme, die es in China dazu gibt, also jetzt Stichwort auch Immobiliensektor und so dazu nimmt, dann wäre es doch perspektivisch vielleicht auch ein Ding, in Indien zu investieren. Jetzt ist natürlich der indische Markt auch schon höher bewertet. Natürlich, die Anleger antizipieren das. Aber auf lange Sicht, deswegen meine ich ja das ganz lange Bild, kann das trotzdem natürlich genau das richtige Pferd sein. Wenn man sich jetzt hier den Index anschaut, den Nifty Fifty, also der Light Index in Indien, dann hat der, also A, die Corona-Krise ja deutlich hinter sich gelassen, sehr schöner Aufwärtstrend und auch in einem schwachen, eigentlich schwachen Börsenjahr 2022, nur so eine relativ enge Konsolidierung. Wir sind hier vor einigen Wochen auf Allzeit hochgesprungen und das wurde jetzt nochmal getestet, also ganz typisch. Also eigentlich eine wunderbare Situation, um da jetzt einzusteigen. Jetzt stellen sich natürlich eine Menge an Folgefragen. Zum Beispiel, ja, gibt es jetzt auch besondere Aktien, in die man hier investieren sollte. Und was gibt es da überhaupt für Aktien? Was gibt es da für Informationen zu? Oder was für ETFs gibt es, um in Indien zu investieren? Das alles vertiefe ich dann im Report. Wie gesagt, können Sie sich kostenlos runterladen. Und für heute wollte ich einfach nochmal den Punkt machen, den Tellerrand mal anzuschauen. Was für Märkte gibt es? Wo spielt die Musik? Vielleicht nicht nur im nächsten Jahr, sondern in den nächsten Jahrzehnten. Und wo kann man also auch entsprechend vielleicht als Anleger den Fuß in die Tür stellen? Tschüss!